willkommen zu meinem review video über den wakte den nimble t7 2 in 1 saugroboter mit wischfunktion in diesem video werde ich dir alles über dieses erstaunliche produkt erzählen und warum es eine großartige ergänzung für dein zu hause sein könnte also lass uns gleich loslegen der wakte den nimble t7 ist ein 2 in 1 saugroboter mit wischfunktion der mit einer beeindruckenden saugkraft von 2800 pa ausgestattet ist damit kann er mühelos staub und schmutz von hartböden und teppichen entfernen aber das ist noch nicht alles mit seiner wischfunktion kann er auch flecken und flüssigkeiten effektiv beseitigen der roboter verfügt über einen 250 milliliter staubbehälter und einen 230 milliliter wassertank die ausreichend platz für eine gründliche reinigung bieten du kannst die feuchtigkeit des wischpads mit vier verschiedenen wasserflussstufen frei einstellen um das beste ergebnis zu erzielen ein weiteres großartiges feature des wakte den nimble t7 ist seine kompatibilität mit sprachassistenten wie siri alexa und google assistant du kannst einfach so Untertitelung des ZDF, 2020